Willkommen beim Betel-Podcast. Du hörst unsere Predigt zu Ostern. Herzlich willkommen zu unserem Ostern-Gottesdienst. So schön können wir den Feiertag zusammen feiern. Und es ist wirklich der grösste Feiertag des christlichen Glaubens. Es ist wirklich der zentrale Feiertag Ostern. Bevor wir aber auf das einsteigen, auf das Thema, noch ganz herzliche Grüße aus dem Lager, aus dem Osterlager, am Ostercamp. Unsere Jugendlichen sind dort und haben ein riesiges Vergnügen zusammen, haben eine grossartige Zeit und schicken uns Grüße. Und die gute Nachricht ist auch, dass jetzt alle, die um die 40 sind, gehören heute Morgen zu den Jungen. Da, weil unser Durchschnittsalter ist natürlich so gestiegen, oder? Anyway. Ganz liebe Grüße. Und ich hoffe, es geht euch gut. Und wie immer aber, dass es dir geht, auch wenn du wirklich so richtig erfüllt wirst, heute in dem Gottesdienst, dass Gott zu dir redet, das ist mein Gebet, mein Wunsch. Osterlager ist wirklich der definierende Moment vom christlichen Glauben. Ich möchte es in den Worten des Apostels Paulus weitergeben. 1. Korinther 15, 14 Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glauben. Oder es ist so, man kann noch vieles sagen, man kann noch vieles erzählen. Jesus war nicht der Einzige auf dieser Welt, wo man gelaufen war und gesagt hat von sich, ich bin Gott. Jesus war nicht der Einzige, der eindrücklich konnte, Leute beeindrucken mit seinen Reden, und nicht einmal solche Wundern, die Sachen, die er gemacht hat, das war ja alles grossartig, aber viele Leute haben schon vieles gemacht und schon vieles gesagt, aber der definierende Moment von Jesus Christus, den er unterscheidet von allem anderen, ist, dass er am dritten Tag, wie er es gesagt hat, auferstanden ist. Und so ist ein bekannter Ostergruss, wo Christen manchmal zueinander sagen, gerade an Ostern, sagen sie, Christus ist auferstanden und dann kann man antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der definierende Moment, das, wo Christus unterscheidet von allen anderen, nämlich dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, wie er es auch gesagt hat. Und alle vier Evangelien, die schreiben von dem, von dem Wunder, von der Auferstehung, und wir wollen heute eine Passage lesen, und zwar aus dem Johannesevangelium, und die Begegnung am Ostermorgen, wo die Maria Magdalena Jesus Christus begegnet ist. Und lass uns das doch gleich mal zusammen lesen. Johannes 20, 1. früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Ich finde das so grossartig. Ja, Johannes schreibt über sich selber. Er nennt sich nicht, oder? Er sagt, nein, nein, ich schreibe das Evangelium. Und wenn ich über mich schreibe, nenne ich meinen Namen nicht. Aber ich gebe einen Hinweis. Es ist der Jünger, der Jesus besonders lieb hatte. Er hat kein Problem mit dem Selbstwerkehaar. Das sehen wir da. Aber es stimmt ja, sehr schön. Und sagte, sie haben den Herrn aus der Gruppe weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger folgte ihm. Sie wollten zum Grab und liefen miteinander los. Aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, ging aber noch nicht hinein. Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Schweisstuch, das man dem Toten und den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah es an, er sah es sich an und glaubte. Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause, aber Maria stand inzwischen wieder draussen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiss gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und der andere am Fussende. Frau, warum weinst du? Fragten sie. Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn weggeschafft und ich weiss nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen. Er kannte ihn aber nicht. Er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir bitte, wo er jetzt liegt, dann werde ich ihn holen. Maria, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief, Ravuni, das ist Hebräisch und heisst Lehrer. Lass mich los, sagte Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir. Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Also der Unverstande Jesus Christus ist zuerst der Maria Magdalena begegnet. Und wir sehen daran, dieser Begegnung ganz besonders, wie es passiert, dass Gott mit uns in Verbindung tritt. Und das ist auch mein Wunsch und mein Gebet. Falls es noch nie passiert ist, dass es für dich passieren kann, dass Gott mit dir in Verbindung tritt, dass du ihm begegnen kannst. Und vielleicht ist es auch schon ein paar Mal passiert, aber dann ist es mein Wunsch und mein Gebet, dass es noch tiefer passieren kann, dass Gott dir begegnen kann. Er ruft dir nicht an mit dem Telefon, aber auf eine ganz andere Art und Weise wirst du sehen, wie das möglich ist. Und wir werden sehen, dass an dem Beispiel von Maria Magdalena am Ostermorgen das folgende drei Sachen hier eine Rolle spielen. Erstens, der Osterglaube, der Glauben an Auferstandnigen, die Begegnung mit dem Auferstandnigen, das ist erstens mal Wahrheit. Wir sehen, unser christliches Glauben beruht auf Wahrheit. Der christliche Glauben beruht auf Gnade. Und drittens, der christliche Glauben beruht auch auf Liebe. Also erstens, christliche Glauben beruht auf Wahrheit. Zweitens, christliche Glauben beruht auf Gnade und auf Liebe. Schauen wir mal das Erste an. Christliche Glauben gründet auf Wahrheit. Jesus hat immer und immer wieder gesagt, ich werde am dritten Tag auferstehen. Wenn wir in der Evangelie lesen, dann sehen wir das immer wieder. Zum Beispiel Lukas 9, 22. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen. Die Ratsältesten, die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer werden ihn verurteilen und töten. Aber am dritten Tag wird Gott ihn wieder zum Leben erwecken. Und jetzt ist also der dritte Tag. Und Jesus hat immer wieder gesagt und Maria ist da auch dabei gewesen, als sie Jesus damals gesagt hat. Und eigentlich würde man ja denken, wenn die das so vielmals gehört haben, wäre es dann nicht so, dass dann am dritten Tag man zumindest so etwas aus Neugier mal geht und güchseln und denkt, jetzt ist der dritte Tag, wo Jesus schon tot ist. Und gerade bei der Maria, dass sie geht und schauen und vielleicht irgendwo noch im Kinderkopf hat, ach ja, jetzt ist schon der dritte Tag. Jetzt ist schon der dritte Tag, ich gehe mal schauen, was dort passiert ist. Aber nichts. Sie stellt sich das nicht einmal im Traum vor, sondern wir haben gelesen, wo sie gesehen hat, das Grab leer ist. Da ist ihr erstes Gedanke, jemand hat die Leichnung gestohlen. Das ist schon interessant. Jesus hat das so oft gesagt, aber das ist ihnen trotzdem, sie haben das irgendwo metaphorisch wahrscheinlich aufgefasst, so ein bisschen bildlich. Und da haben wir einiges gemeinsam heute mit den Menschen aus dieser Zeit. Es ist schon manchmal schwierig, wenn wir alte Texte lesen, dass wir uns hineinversetzen, wie die Menschen gedacht haben, da zu massen. Aber da gibt es gewisse Überschneidungen. Weil heute, ich kann euch das zeigen, heute ist es so, wenn wir einander frohe Ostern wünschen, ich meine jetzt nicht mir, sondern allgemein in der Schweiz, vielleicht mit einem Arbeitskollegen oder so, sagen, hey, schöne Ostern, die meisten, wenn die das sagen, dann meinen sie damit nicht, schöne Ostern, an denen Jesus Christus wirklich wahrhaftig und lieblich auferstanden ist, sondern wenn sie fragen, wie meinst du das, dann würde sie sagen, nein, das ist natürlich metaphorisch gemeint, Jesus ist nicht wirklich lieblich auferstanden, in Wahrheit. Und wenn du dann noch in Bohren und sagst, wieso nicht, dann sagst du, ja gut, ich bin eine moderne Person, oder, ich glaube an die Wissenschaft und die Wissenschaft zeigt uns eigentlich, dass Wunder nicht wirklich möglich sind und von dem her ist das für mich und für meine Weltanschauung unvorstellbar, dass das passiert sein kann, dass Jesus wirklich lieblich auferstanden ist. Das ist so unsere Weltanschauung, aber die Leute damals, sie hatten ja auch eine Weltanschauung und manchmal denken wir, das sind so naive Leute, die haben irgendetwas geglaubt und so, hast du ihnen irgendetwas erzählen und die haben geglaubt, aber die haben auch eine Weltanschauung gehabt und für die ist es genauso unvorstellbar gewesen, dass Jesus von den Toten aufersteht. Zum Beispiel Grieche und Römer hatten und die haben ja auch ihre Weltanschauung gehabt, gewisse Grieche haben zum Beispiel geglaubt gehabt, dass Erlösung bedeutet, dass der Lieb dann einmal wegfällt und in dem Moment die Seele endlich frei wird. Errettung bedeutet eigentlich, dass die Seele von dem Gefängnis, vom Lieb erlöst wird und wieder zurück in die geistliche Welt geht. Also es ist überhaupt nicht einmal etwas Positives gewesen, dass da der Lieb wieder aufstehen sollte, weil der Lieb ist ein genaues Problem, hat man in gewissen griechischen Philosophien gedacht, oder? Das heißt, es war dann nicht auf dem Radar, dass das etwas grossartiges wäre, dass da Christus aufstehen würde. Auch die Juden aus dem ersten Jahrhundert haben viele geglaubt gehabt, dass ja, am Ende der Zeit eine Aufstehung der Toten geben würde, ganz am Ende der Weltgeschichte. Aber es hat sich nie einen künstlichen Träumen vorgestellt, dass ein Mensch Gott sein kann, das ist eine Blasphemie, und dass der Mensch auf die Erde kommt und mitten in der Geschichte stirbt und am dritten Tag wieder aufsteht, vor dem Ende der Weltgeschichte war unvorstellbar, und von dem her ist auch niemand von den Jüngern dann wirklich dort geblieben. Petrus und Johannes sind wieder gegangen, weil das Grab leer war, und Maria ist einfach noch dort geblieben, aber auch sie hat gedacht, jemand hat den Leib gestohlen, das ist ihnen nicht im Entfernden in den Sinn gekommen, genauso wie es heute nicht in den Sinn wird. Und jetzt möchte ich dich fragen, als ein kleines Gedankenexperiment, was müsste passieren, du als moderner Mensch, wissenschaftschaftsgläubiger Mensch, was müsste passieren, dass deine Welt auch komplett auf den Kopf gestellt würde, oder? Und du sagst, ja, Christus ist wirklich verstanden. Es müsste etwas gewaltiges sein, oder? Es müsste etwas völlig überwältigendes sein, es müsste etwas starkes sein, oder? Und so ist es einfach die Leute auch damals gewesen. Das war ihnen überhaupt nicht auf dem Radar und es hätte etwas völlig überwältigendes sein müssen. Es hätte etwas gewaltiges sein müssen, was die Weltanschauung der Menschen damals so auf den Kopf gestellt hätte, dass sie Böte sich würden sagen und sogar ihr Leben dafür hergeben, Christus ist wahrhaftig, lieblich und verstanden, einverstanden. Und das, was die Bibel sagt, was die Leute erlebt haben, ist, dass sie eine Begegnung hatten mit Jesus Christus, mit dem aufverstandenen Jesus Christus. Ist es unvollstellbar gewesen für sie wie für uns heute? Und wir lesen von dieser Begegnung und es ist nicht nur eine Begegnung, die wir davon lesen, sondern in der Evangelie steht es von elf Begegnungen und der Paulus schreibt später noch im 1. Korinther 15,3 Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und dass er begraben worden ist, dass er auch verstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Denn im Nachhinein haben sie gesehen, das ist wieder Schriften drin, aber eben unsere Weltanschauung musste auf den Kopf gestellt werden, dass wir es wirklich realisieren und dass er dann Petrus erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber entschlafen sind. Danach erschien er um Tausende von Leuten, die in den Augenzeugen gelebt haben und die Paulus Jahre später geschrieben hat, er sagte, ich könnte die noch fragen, die leben noch, ich könnte noch mit denen reden, es handelt sich nicht um Legenden, sondern es handelt sich um Augenzeugen Berichte und Augenzeugen Berichte unterscheiden sich historisch von Legenden Berichte, die haben eine andere Qualität, ich will euch gerade eine Qualität zeigen und es gibt natürlich auch immer wieder alternative Erklärungen, man liest die manchmal, gerade um Osterzeit bekommen Berichte von Leuten, die sagen, es gibt auch alternative Erklärungen, zum Beispiel, kann man sich vorstellen, dass die gute Frau, die Maria Magdalena, die ist zum falschen Grab gelaufen. Es ist so, am Morgen früh kam, es war noch dunkel und ich dachte, äh, ist es da? Ist es echt das? Ich bin nicht sicher, weil ich habe sowieso Probleme mit Orientierung. Ich parkiere mein Kamel immer wieder am Ort, wo ich nicht weiss, was nachher ist. Es ging zum falschen Grab und ging eine Erklärung. Aber überzeugt sie wirklich und die anderen Jünger auch? Orientierungsprobleme? Oder dann gibt es weitere Theorien, zum Beispiel, dass Jesus gar nicht wirklich gestorben war, sondern er einfach bewusstlos war und meinte, er gestorben. Und dann hat man ihn runtergenommen und nachher ins Grab geleitet und er steht drei Tage gelegen und nachher ist er wieder ein bisschen zu Sinnen gekommen und kommt dann aus dem Grab raus, wie ein Zombie von The Walking Dead und kommt zu den Jüngern und sagt, ich lebe, ich habe den Tod besiegt. ich habe noch Fetzen hängen runter von der römischen Geisel und das Fleisch hängt und so weiter und sagt, ich habe den Tod besiegt, ich lebe. Das ist eine Erklärung, aber ob das überzeugend ist, ich weiss nicht. Und wenn du damit nachgehen möchtest, ich werde immer wieder gefragt, gibt es irgendwo Literatur, ich möchte das noch lesen, wie das ist, ich kann euch ein paar Bücher empfehlen. Der Fall Jesus ist eines, das ist von einem Journalisten geschrieben und es ist wirklich absolut spannend, das zum Lesen und zwar von Lee Strobel und er beleuchtet es von historischen, psychologischen, von allen möglichen Seiten als Journalisten und er ist durch das auch zum Glauben gekommen. Es ist interessant, in jedem Jahrhundert findest du Schriftsteller und die machen es zur Absicht, dass sie beweisen dass Jesus nicht verstanden ist. Und dann gehen sie und untersuchen das Ganze und sie werden gläubig. Das ist schon sehr interessant, ein Effekt, das findest du jedem Jahrhundert, ein paar Bücher, oder von einem Historiker, das ist etwas vom Neuesten, Dr. Gary Habermas, Evidence for the historical Jesus. Und das von Lee Strobel, The Case for Christ, oder die gibt es auf Deutsch, der Fall Jesus. Und es wird klar, Augenzüge bricht, der wirklich Menschen Jesus gesehen haben, ihn anlangen, ihn erleben konnten, dass das einfach die Überzeugungserklärung ist, so verrückt das auch ist. Und wieso ist das überhaupt wichtig jetzt? Es ist wichtig, weil, wie wir am Anfang gelesen haben, wenn das mit der Aufstehung nicht stimmt, dann ist der Glauben vergeben. Es gibt heutzutage zwar immer wieder Leute, die kommen und sagen, ja, wie höre ist es schön, dass du glaubst. Wenn es dir hilft, wenn es gut ist, wenn es dir gut tut, dann ist es wahr für dich. Aber das ist völlig absurd zu sagen und das Christentum sagt genau das Gegenteil. Er sagt nicht, ja, wenn es dir hilft, dann ist es wahr für dich, sondern, wenn es wahr ist, dann wird es dir ultimativ auch wirklich helfen, dann wird es dich auch verändern, dann wird es auch wirklich eine Hoffnung sein, wenn es wahr ist. Und darum ist es so wichtig, dass es auch wahr ist. Und das ist die Behauptung von Christus und vom christlichen Glauben, dass es nicht einfach nur hilft und darum wahr ist, sondern es ist wahr und darum hilft es. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Und Maria Magdalena ist eines der grössten Zeugnisse für das, weil wenn es sich um eine Legende handelt, und das ist ein wichtiges historisches Argument, wenn du einen Bericht selber verfassen oder redigieren, sodass viele Leute glauben, dass Jesus wirklich von der Tod verstanden ist, auch wenn man es nicht so genau weiss und es vielleicht schon lange her ist, wenn jemand das machen würde, dann würde er sicher nicht reintun zu dieser Zeit, dass die erste Person, der erste Zeuge, den Jesus verstanden hat, er war, Frau zu sagen, aber damals sind Frauen einfach noch nicht so viel wert gewesen, wie Männer, sie sind sogar nicht einmal zugelassen, ihm ein Gericht als Zeugen auszusehen, und darum, wie gesagt, zum Beispiel von Paulus, er hat sie nicht erwähnt, oder? Er hat ja auch nicht alle erwähnen, aber er hat auch von Petrus erwähnt, oder? und Jünger erwähnt, es gibt kein Motiv, Maria Magdalena als erste Zeugin aufzuführen, es sei denn, dass es wirklich das ist, was passiert ist. Und so gibt es noch viele, viele Sachen, aber wir sehen hier, Maria Magdalena zeigt uns, es ist wahr, dass Jesus Christus wirklich verstanden ist, und das ist relevant. Das heißt, wir fragen uns nicht, ist der Glaube, ist der christliche Glaube, ist er hilfreich? Wir fragen uns nicht, ist er relevant? Ist er noch zeitgemäss? So eine einzige Frage, die wirklich zählt, ist er wahr? Weil sonst was soll's? Das ist mal das Erste, der christliche Glaube gründet sich auf Wahrheit. Zweitens, der christliche Glaube gründet auf Gnade, und auch das sehen wir in dieser Begegnung, die Maria Magdalena mit Jesus hat. Es ist ein Fallbeispiel, die Maria ist eine geistlich Suchende. Du siehst mehr sogar als andere. Petrus und die Arles gehen wieder zurück, aber sie bleibt dort, und sie weint, und sie konfrontiert den Gärtner, und sagt, wo ist der, ich noch mehr da, und so, und sie ist intensiv, sie ist ehrlich, aber ich kann sagen, sie hätte noch lange suchen, und sie wäre nie fündig geworden, wenn nicht Jesus sich ihr offenbart hätte. und das ist wie Gottes Gnade funktioniert. Es sind nicht unsere Leistungen, es ist nicht wie ernsthaft, dass wir es meinen, es ist nicht, was wir gemacht haben, sondern es ist, was er gemacht hat. Es ist Gott, der den ersten Schritt macht, das ist Gottes Gnade. Jesus kommt auf sie zu und er gibt sich zuerst hier gar nicht zu erkennen, das passiert ein paar Mal, das sieht man immer wieder, das ist interessant, und offenbar mit dem Verstehungslieb, das ist etwas nicht mehr so ganz, wie mit dem Lieb, das wir jetzt haben. Paulus umschreibt es so, im 1. Korinther 15, 44, es wird gesät, ein natürlicher Leib, und es wird auch verweckt, ein geistlicher Leib, es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt einen geistlichen Leib. Also wenn wir sterben, dann sind wir nicht einfach nur Geist, sondern wir werden ein Lieb haben, aber es wird ein geistlicher Lieb sein. Und wir sehen anhand von Jesus, dass der so etwas wie ein Upgrade ist zu dem, was wir jetzt haben, oder? Weil ich meine, den Lieb, den wir jetzt haben, müssen wir zugeben, auch wenn wir dürfen immer wieder Heilung erfahren und wieder Herstellung erfahren, aber irgendein gibt es den auf, oder? Und wenn ich habe mich so ein bisschen unterhalten mit Leuten vor und nach dem Gottesdienst, und zehn unter uns, die schon ein bisschen älter sind, reden manchmal darüber, was noch funktioniert, was nicht funktioniert, was wehtut, was nicht wehtut, und das, was nicht mehr funktioniert, tut immerhin vielleicht nicht mehr weh, und dann manchmal sagen wir, wir freuen uns so auf den Verstehungslieb, den Verstehungslieb, wo offenbar immer noch essen und trinken kann, das ist ja wichtig, aber essen und trinken, du kannst immer noch wie ein physikalischer Leib dich bewegen, Leute können einen anlangen, aber du kannst gleichzeitig Zugang zu anderen Dimensionen, durch die Wand gehen, oder du kannst mit Leuten zusammen sein, aber machen, dass sie sich gar nicht erkennen, dann baut sich Päh, dann sagt er Maria und sie erkennt ihn, und zuerst, bevor er sich ihr zu erkennen gibt, stellt er ihr noch Fragen, und das ist einfach so, da sieht man einfach etwas von Gottes Herz, und es ist so berührend, er fragt sie, warum weinst du? Er nimmt Anteile, er ist mitfühlend, und das ist so wichtig zum Wissen, Gott kommt nicht einfach und so ein bisschen als Polter in uns, als Leben in uns, sondern er sieht dich, er sieht deine Tränen, er sieht, wie es dir geht, er weiss, wie es im tiefsten Inneren aussieht, und er sagt, wieso weinst du? Und wenn Gott eine Frage stellt, dann ist es nicht, weil er keine Informationen hätte und Informationen von uns, sondern es ist seine Anteilnahme, und dann eine weitere Frage, nach wem suchst du? Und Maria möchte vielleicht noch während ihrem weiteren Leben immer wieder über die Frage nachgedenkt haben, die Bedeutung, wer suchst du eigentlich? Du suchst mich nach jemandem, wo ich nicht mehr bin. Deine Vorstellung von mir, die ist viel zu klein, die ist zu begrenzt. Unsere Vorstellung von Gott, von Christus, die ist doch noch viel zu klein, viel zu begrenzt. Er sagt, ich bin ganz anders, als du denkst. Ich bin viel grösser, als du denkst. Und er fragt sie, wer suchst du? Sie ist auf der Suche und so viele Menschen heute sind auf der Suche, aber sie suchen in sich oder sie suchen aus sich heraus, wenn wir nur in uns suchen, wie es uns immer wieder gesagt wird, ja, schau einfach in dich innen und so und dann findest du das und dieses und so und die Ressourcen zum Leben, aber wenn du nur in dich schaust, findest du nur dich selber. Und wenn du aus dir raus nur einfach suchst, dann suchst du nur das, was schon bereits in deinen Vorstellungen ist, aber du brauchst etwas, was deine Vorstellungen übersteigt und Jesus begegnet ihr und sagt, wer suchst du? Ich bin nicht der, wo du denkst, jetzt liegt jetzt da, sondern ich bin grösser, ich bin anders. Ich weiss nicht, Lehrer. Und sie ist eben nicht umgekehrt. Es ist nicht, dass sie sagt, oh Lehrer, und er sagt, hoi Maria, sondern es ist, es ist eine Maria, er rüft sie beim Namen, er gibt sich zu erkennen und er ist so gewaltig, wie das Gottes Gnade zeigt. Wir können suchen und machen, aber wenn Gott nicht in unser Leben reintritt, wenn er sich nicht bemerkbar macht, wenn er dich nicht beim Namen rüft, dann kannst du eine Ewigkeit suchen und du willst ihn nicht finden. Aber es ist Gottes Gnade und es ist wirklich auch so bezeichnet, dass Gott Maria als erste Missionarin auswählt. Er gibt ihr ja den Auftrag dann. Der Petrus war da, Johannes war da, aber er hat sie wieder gehen lassen und gewartet, bis Maria einfach dort ist und Maria hat er sich gezeigt. Wieso? Wenn wir lesen, woher Maria ist, Maria Magdalena, Lukas Evangelium jetzt beschrieben, Lukas 8, sieben Dämonen hat sie gehabt und sieben, das heisst nicht unbedingt Zahl sieben, sondern es kann einfach bedeuten mega viel. Vielleicht so in der Wehe, wo eine Legion von Dämonen wo rumgelaufen ist, wo sich selber verletzt hat, wo einfach ausgestossen war, ausgeschlossen war. Es war eine Person, eine Säule von ihrer Gemeinschaft, nicht Leute, nicht jemand, die Leute darauf hingeschaut haben, nicht jemand, der besonders eindrücklich war, und dann eben eine Frau, damals in der patriarchalen Gesellschaft. Und Jesus sagt, dich nehme ich als meine erste Missionarin, als meine erste Evangelistin, als meine erste Predigerin, die geht und das Evangelium verkündet. er ist aufgestanden. An wie viel Hoffnung gibt es uns, oder? Wenn vielleicht nicht gerade die grössten Leuchten sind. Wie viel Hoffnung gibt es uns? Aber es stoppt immer nicht dort. Und das finde ich eben auch schön. Jesus kommt selbst für die Selbstgerechten, oder? Er sagt ihnen nicht, also gut, jetzt behalt es für dich, sondern und ich finde das so schön, wie er dann sagt, geh und zwar geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir. Er hätte ja auch können sagen, also geh zu diesen Deserteuren, zu diesen Verrätern, zu denen, die mich im Stich gelassen haben, geh zu ihnen und sag ihnen halt das. Sondern geh zu meinen Brüdern. Also Jesus betrachtet sie als seine Brüder, als ein Teil seiner Familie. Selbst die, die in Selbstgerechtigkeit sagten, Jesus, wir folgen dir bis in den Tod. Oder wie Jesus gekommen ist und die Jünger berufen, es ist euch möglich, ein Kind Gottes zu werden. Da haben sich vielleicht einige gedacht, ja, das könnte sein. Auch Maria hat das sicher nicht von sich gedacht. Sie dachte, was, ich? Jesus ist zu ihr gekommen, aber nachher auch zu den anderen. Und es gibt Hoffnung für jeden, selbst für die, die zu viel von sich denken. Und dann schickt sie und sagt, geh zu meinen Brüdern. jeder schaut auf andere irgendwo runter. Die Konservativen denken, wir sind moralisch höher stehend als die zügellosen Liberalen. Die Liberalen denken, wir sind so aufgeschlossen. Die verknöcherten Konservativen und so. Jeder schaut auf irgendjemanden runter. Und Jesus schickt Maria und sagt, alle sind gemeint. Meine Botschaft ist für alle. von dem her kann niemanden sich auf die Schulter knopfen und stolz sein und sagen, dank dem, was ich gemacht habe, sondern dank dem, was Jesus gemacht hat. das ist die Gnade, wir hier sehen. Gnade Gottes. Und die Gnade ruft dich beim Namen Maria. Und sie ruft dich auch bei deinem Namen. Das ist Gottes Gnade. Und letztens der christliche Glauben gründet auch auf Liebe. Und wir sehen am Schluss, dass Jesus zu Maria sagt, dass sie dann sieht und realisiert, wer er ist. Und packt sie in. Du siehst, wie leidenschaftlich sie ist, wie liebend sie ist. Es ist einfach so grossartig. Und Jesus sagt ihr dann, hey, lass mich los. Und gewisse Übersetzungen verstehen, die das so verstehen, hey, berühre mich nicht, beheiligt, wie so der brennende Busch im Sinai oder so. Aber ich glaube nicht, dass das das ist, was gemeint ist. Weil im gleichen Kapitel später kommt ja der Thomas, der zweifelt und Jesus sagt, du kannst mich anlangen und deine Finger in meine Wunde legen. Also ich glaube, es geht um etwas anderes. Sie packt ihn und sie will ihn nicht mehr loslassen. Und er sagt, hey, hey, Moment, ich habe noch einen Auftrag für dich, ich habe noch etwas Besseres für dich, von euch alle und gebt ihr dann den Auftrag, er sagt ihr, das, was noch kommen wird, ich werde zurückkehren zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und Jesus macht klar, ich werde nicht immer da bleiben, sondern ich werde aufsteigen. euch etwas irgendwie unlogisch, aber wenn Jesus sagt, hey, lass mich los, weil ich gehen muss, dann wenn jemand geht, dann möchtest du noch eine Sekunde ausnutzen. Aber Jesus sagt, ich habe sogar noch etwas Besseres, als das, was du jetzt anlangenst. Ich werde zurückgehen zum himmlischen Vater und ich werde euch etwas schicken, ich werde euch den Heiligen Geist schicken und so lieb du mich auch hast und so schön es auch ist, sich zu armen. Ich meine, ich denke, wie grossartig wäre es gewesen, mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm zu reden, mit ihm zu essen, mit ihm Tag zu verbringen, wie grossartig wäre das gewesen. Aber Jesus sagt, ich habe noch etwas Besseres und zwar schicke ich euch den Heiligen Geist und der Heilige Geist kann immer bei euch sein. Der Heilige Geist ist mit euch und wird euch noch viel mehr zeigen, noch viel grössere Tiefe, was die Liebe Gottes ist. Das ist das dritte, wo wir anschauen, die Liebe Gottes dritte, wo wir sehen, wo Jesus sagt, ich schicke euch den Tröster, ich schicke euch den, der noch in viel grösserem Umfang euch das Erlebnis, die Erfahrung geben von Gottes Liebe. Ich weiss nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass sich Gottes Geist einfach so füllt, vielleicht in einer Gebetszeit, vielleicht völlig unerwartet, irgendwo in der Natur, vielleicht in einem Gottesdienst, in einer Bettungszeit, aber es gibt so Momente, wo du so erfüllt wirst, mit Gottes Geist, dass dein Herz fast zu zerspringen scheint. Hast du das schon mal erlebt? Und wenn nicht, ich will dich nicht mit beschämen, sondern ich ich will dich einlassen, es gibt noch mehr. Jesus hat gesagt, es gibt noch etwas Besseres, lass mich los, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und ich möchte dich ermutigen, dich auszustrecken, jetzt gerade an dieser Osterzeit, auch in dieser Betungszeit, wie Maria, die rumgegangen ist, wo ist er, wo ist er? Sodass er dich ganz neu füllen kann, mit seinem Heiligen Geist. Und er neu seine Liebe einfach zeigen, und dich erfahren lassen, spüren lassen, nicht nur im Kopf, sondern wirklich auch im Herz. Und das ist das, wo Jesus sagt, ich habe noch etwas Besseres. Er hat über das gesprochen, im Kapitel vorher, Johannes 16, 17 und 18, wie der Heilige Geist senden, hat er gesagt. Du wirst mehr erfahren, wer er ist, über seine Liebe und auch über dich selber. Schriftstellerin Arnie Dillert hat das so schön gesagt, was ich jetzt geschrieben habe. sagen, I had been my whole life a bell. I never knew it until at the moment I was lifted and struck. Ich war mein ganzes Leben lang so eine Glocke gewesen, ich wusste es aber nicht, bis jemand mich aufgehoben hat und anfing zu rufen. Ich finde das so ein schönes Bild. Sie dachten, ich weiss nicht, bin ich ein Türstopper, bin ich ein Briefbeschwerer, was bin ich und was geht es in meinem Leben, bis jemand kommt. Und das war der Moment von Maria und es kann auch der Moment sein für dich, wenn Jesus Christus durch sein Geist in dein Leben reinkommt und ich beim Namen rufen. Und er hat gezeigt, um was es geht, wer du bist, wie Gottes Liebe ist. Und so wenn wir auch in die Abettungszeit reingehen. Maria hat einen Moment vorher noch gedacht, es ist alles eine Katastrophe, es ist alles am Ende, es gibt keine Hoffnung mehr, das Grab ist leer und nicht einmal geklappt, dass sie noch Jesus seine letzte Ehre erweisen und nicht realisiert, dass er gerade hinter ihr ist. Und in einem Moment hat sich alles verändert. Und vielleicht sind wir im Leben auch im Moment, wo wir denken, nichts klappt oder so vieles funktioniert nicht. Aber Jesus steht gerade bei dir. Lass ihn heute Morgen bei deinem Namen rufen, dich bei deinem Namen rufen und lass mich einfach einfach fragen, zum Schluss die Frage, ob du wirklich glaubst, dass deine Gnade und tausende und dann tausende und dann Milliarden von Menschen überzeugt hat und realisierst, dass Gottes Gnade für dich ist, nimm das einfach heute in Empfang, es kommt nicht darauf an, was du gemacht hast, was deine Leistungen sind, sondern das, was er hier hat. Und dann drittens du schon deine Liebe erfahren, dann streck dich noch mehr aus, nach dem vielleicht ist es für dich auch zum ersten Mal. Und dann möchte ich dich jetzt einfach fragen, wenn wir unsere Augen zum Gebet schliessen, möchtest du gerne Jesus Christus in dein Leben einladen, wenn du gehört hast, um was es geht und wenn du angesprochen worden bist, durch das, was wir gehört haben, dann hast du die Möglichkeit, mit Maria auch zu reagieren. Und wie wirst du reagieren? Wenn du bereit bist, auf das einzugehen, dann kannst du einfach das durch das Gebet bekunden, dort, wo du sitzt. Und du dir gerne auch ein paar Worte vorsprechen, wo du das formulieren kannst. Und wenn du das willst, dann während jemand herumschaut, du einfach als Zeichen kurz deine Hand hält und sagst, ja, ich möchte, ich möchte gerne Jesus Christus in mein Leben aufnehmen, ich möchte gerne mich rufen lassen von ihm. Hälte kurz deine Hand auf, als Zeichen danken. Und dann kannst du jetzt auch, dass du betest, sagen, Jesus, ich danke dir vielmals für deine Gnade. Und ich realisiere, es ist wahr, du bist wahrhaftig und verstanden. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben reintrittst. Ich bitte dich, dass du mich erfüllst mit deinem Geist. Dass du es mich lassen lässt, erfahren, dass es deine Gnade ist und deine Liebe ist. Und ich möchte alles aus dem Weg schaffen, was auch es trennt. Und danke, dass du gestorben bist am Kreuz für mich und so alle meine Sünden vergeben worden sind. Und ich nehme dir das in Anspruch und ich bitte dich einfach um Vergebung im Namen Jesus. Wäsche mich rein. Und danke, dass du mich aufgenommen hast in deine Familie. Amen. Und ich möchte dich, dass du 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 dich, Vielen Dank.